Salam Aleikum Es soll der breiten Masse vermittelt werden, dass Islam für die ganze Menschheit ist, weil es nur ein Gott gibt und es gibt nur eine Religion für die gesamte Menschheit. Ich zum Beispiel komme aus Russland, ursprünglich. Ich bin da geboren, mein Vater ist Russe und meine Mutter ist Deutsche und ich bin Moslem geworden, inshallah. Alhamdulillah, ich bin nach Deutschland gekommen und in Deutschland hat sich das so entwickelt, dass ich Moslem geworden bin. Kurz gefasst war das so, eigentlich hat bei mir den Ausschlag gegeben, der Koran, einfach der Koran. Ich habe das von einem Freund geschenkt bekommen. Ich habe vorher nicht viel über den Islam gewusst. Ich habe mich mit anderen Sachen beschäftigt, obwohl die mir nicht wirklich das gaben, was ich brauchte. Deswegen habe ich auch immer weitergesucht und ich war nie zufrieden. Philosophien und alles mögliche durch meinen Kopf gegangen, aber das war von Menschenhand. Das war von Menschen geschaffen. Das kann nie die letzte Wahrheit, die Wahrheit sein. Es kann nämlich nur eine Wahrheit geben. Genauso wie es nur einen Gott gibt, Allah. Ihr denkt vielleicht, warum sagt er jetzt Allah, es gibt ja nur einen Gott. Aber es ist ja eben so. Gott, Allah hat ja im Koran geschrieben. Ich bin Allah. Also so müssen wir ihn auch nennen. Es gibt nur eine Wahrheit, das ist der Islam und es gibt nur einen Gott, Allah. Also es gibt keine Gottheit außer Allah und Mohammed, da sagt man dazu, um den Propheten zu ehren. Denn das gehört sich einfach. Und für einen, der vielleicht jetzt nicht Muslim ist, bringt das so, warum sagt er jetzt immer diesen Satz dahinter. Zum Beispiel in der Schule erlebe ich das oft. Im Ethikunterricht reden wir zum Beispiel über Ethik-Sachen und dann kommen wir ja automatisch, wenn wir uns immer auf einer höheren Ebene bewegen, auf Religion. Denn Religion ist ja etwas, was die Ethik auch bestimmt. Und wenn ich dann über den Islam rede und dann den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, erwähne, sage ich den Satz zum Beispiel dahinter. Und einmal die Lehrerin hat zum Beispiel gesagt, redest du mit mir jetzt Arabisch und so. Dann muss ich das erstmal so ein bisschen erklären. Und jetzt langsam hat sich das so ein bisschen eingelebt. Die verstehen das auch, dass ich den Satz immer dahinter sage und so. Manche sogar, die entschuldigen sich, sagen, ja, tut mir leid, dass ich den Satz jetzt nicht dazu gesagt habe. Dann sage ich, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, musst du ja nicht machen. Du bist ja noch nicht zur Wahrheit gekommen. Vielleicht kommst du dahin, vielleicht wirst du nicht dahin kommen. Und so ist das. Ich bin halt als, sagen wir mal, Russen, Deutscher oder halt zum Islam gekommen. Und das ist halt die Message sozusagen, die wir allen Leuten vermitteln wollen, dass Islam für alle Menschen da ist. Und so, das war es so grob. Ich kann zwar noch weiter ein bisschen erzählen bei mir persönlich, wie sich das so entwickelt hat. Aber so kurz gefasst ist es einfach der Koran, einfach der Koran. Also, Alhamdulillah, Gott sei Dank, habe ich das von Allah bekommen, dass ich diesen Weg, dass ich den angenommen habe, nachdem ich den Koran gelesen habe. Also, erst mal habe ich den Koran, als ich das erste Mal den Koran aufgeschlagen habe, habe ich einfach angefangen zu lesen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, es taucht kein Fehler auf. Betrachte immer Philosophien und alles Mögliche. Es gibt immer wieder Fehler, es kommen neue Philosophien, etc. Und wenn du den Koran liest, es kommt kein Fehler. Und alles in sich stimmig. Alles wird erklärt und dann dachte ich mir, ja, dieses Buch musst du einfach weiterlesen. Da habe ich das Buch immer weiter gelesen, immer wieder gelesen, bis ich irgendwann nicht mehr anders konnte, als zuzugeben. La ilaha illallah, Mohammedin Rasulallah. Und ich bin Moslem geworden. Und das Wichtigste ist, dass ihr versucht, über den Islam selber was zu lernen und nicht über die Medien und alles Mögliche, die den Islam meist sehr negativ darstellen, halt ein Bild dadurch über den Islam euch macht, sondern nur selber. Oder halt wirklich Leuten, die sich damit auskennen und nicht einfach Leute von der Straße, die zwar behaupten, sie sind Muslime, aber eigentlich keine Muslime sind, weil sie den Glauben gar nicht praktizieren, gar nicht von der reinen Quelle gelernt haben, sondern nur von ihren Eltern. Und es kann ja sein, dass diese Eltern das auch nicht mehr richtig praktizieren und einfach so, als ob es alltäglich wäre, aber warum man das macht, weiß man nicht. Als ob es alltäglich wäre, den Leuten halt sagt, du musst das und das machen. Das Wichtigste ist, dass sie wissen, warum sie das machen. Und wenn die Muslime nicht wissen, warum sie das machen und was ihr Glaube eigentlich ist, dann können sie es auch den Leuten, also den Nicht-Muslimen, gar nicht richtig beibringen. Ja, also am besten nicht durch Medien versuchen, den Islam kennenzulernen, sondern selber versuchen zu recherchieren, selber zu lesen, wobei man immer aufpassen muss, dass man gute Quellen hat und nicht einfach irgendetwas, der vor sich hat, mit der Intention desjenigen, der das geschrieben hat, den Islam kaputt zu machen. Das ist leider sehr oft der Fall heutzutage. Medien, Leute, die nicht über den Islam Bescheid wissen und falsche Quellen, davon müsst ihr euch fernhalten, sondern nur die reinen Quellen, den Koran und mit Leuten, die wirklich gute Muslime sind, richtige Muslime, praktizierende Muslime, von denen sollt ihr das am besten lernen. Und wenn Allah will, dann werdet ihr auch den rechten Weg erkennen und den rechten Weg dann auch gehen. Denn für mich gibt es keine Alternative mehr, nur den Islam, weil der Islam ist alles. Wir sind Islam, die Kamera ist Islam, alles ist Islam, denn es gibt nur einen Gott, der alles erschaffen hat. Und dieser Gott hat uns den Islam gegeben. Und dieser Gott hat uns den letzten Propheten, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, zu uns gesandt. Okay, eigentlich war es das. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu verleiten, den Islam kennenzulernen und nicht auf andere Leute zu hören, die keine Muslime sind und die Medien und alles Mögliche. Okay, Assalamu alaikum. Also, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, Vielen Dank.